Hey Freunde und Willkommen zurück zu Let's Play Yooka-Laylee! Wir sind hier in Welt 4 und suchen einen Trouser. Ähm, wir finden ihn allerdings nicht. Weil diese Welt hier nämlich irgendwie... Naja, wir sind im letzten Fall, der ist hier angekommen. Der ist der Golfplatz. Und mehr von diesem Viechern. Ah! Was zum... Alles klar? Kann ich das auch? Könnte sein... Was zum... Der hat eine Hose auf dem Kopf. Alles klar. Schon wieder so einer? Irgendwie... ich mag diese Welt nicht. Ich will doch Naturhauser finden, dann geh ich doch wieder... Da unten? Oh ne, da waren wir ja schon. Ja, Doktor Pass haben wir ja auch noch nicht gesehen. Hä? Wer bist du denn? Was muss ich denn da draufpacken? Oder muss ich jetzt Golf spielen? Tatsächlich. Was ist das hier? Ist das ein Aufzug? Ah, tatsächlich. Trouser... Der ist mir Lady Lipanot. Wo ist der Anfang überhaupt? Ging's da hoch? Ja, tatsächlich. Ich muss irgendwo hoch. Da hab ich besser einen Überblick. Na, guck mal! Da ist doch so... Oh Gott! Oh Gott! Wie macht er das nochmal? So? Nein, so macht er das nicht. So macht er das. Ah! Schnell! Hä? Guck mal, hier sind... Ja, genau! Nein, nein, nein! Einen Benji hier! Hä? Hä? Sagen wir das noch ein? Sind die alle unter Wasser? So! Oh Gott! Lauf! Einmal lauf! 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 Ich glaub die sind tatsächlich alle hier! ensen wir ins Kochen! Vier! Wie vieler hat er gesagt dass wir auch zehn... helft! Einmal rast! Herr Bremer... Du hast dein neues Tonicum freigeschaltet im USD, making sure. Vamos! Komm schon, ist hier nicht auch irgendwo eine Münze... Da gehts runter. Da oben. Okay. Hallo? Okay, was auch immer das war. Hä? Wie kann ich denn da rüber? Ich brauche Tracer. Und wo ist der Anfang? Kann ich das anhalten? Nein. Okay. Nimm's doch! Nimm's doch! Ja, die Welt ist schon recht klein, wie man sieht. Nach oben? Nein, lass schon wieder leben, die Palotte. Ah, ey! Wo ist der Tracer? Der muss doch hier irgendwo stehen. Nicht lang. Tracer? Nee! Tracer? Nee! Tracer? Nee! Tracer? Nee! Tracer? Der kann ja überall stehen, ne? Tracer? Nee! Das gibt's ja wohl nicht. Waren wir da schon? Ai, ai, ai! Nee, waren wir auch schon. Ja! Ist doch gut! Ich suche jetzt den Eingang. Der ist ja nicht. Hier sind ja alle nochmal. Du auch nochmal. Ich glaub's aber nicht. Muss ich jetzt hier wieder alle Ritter suchen, oder was? Hier rede ich nicht. Hä? Nein! Rosa, wo bist du? Muss doch hier irgendwo stehen. Da, ne, da, ne. Wo ist der Anfang? Wo ist noch so einer? Wo ist da? Nee, das ist... Keine Ahnung, was das ist. Ah! Hier ist er! Hier bist du? Da... Da war ich er noch nicht, oder? Nee, endlich. Da steht er doch! Und wir schauen alles dahinten. Hier steht er. Ich glaub's nicht. Wir kommen, meine Spezial. Ja. Ist er aggressiv? Ja, ja, komm! Ich will jetzt den Move haben! Nicht lange reden! Da geht's! Ja, hier schaut! Nur einen! Macht einen Dreh-Sprint wie die flinke Gaming-Lagenda-Trowser! Erste Wahl! Bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Ja! Warum geht's bei diesem Trick, Rosa? Schön, dass du fragst! Diesen nächsten Trick kannst du ein Dreh-Sprint ausführen, wie die flinke Gaming-Lagenda-Trowser! Wir haben noch nie gesehen, dass du dich überhaupt bewegt hast! Ja, ja! Ich bin schnell wieder Blitz! Ja, 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 ja! Halt, er hat zwei Entrücke, äh, Dings da, um den Reptil... Ja, ja, ja! Okay, alles klar! Ja, ja, ja! Er geht schon! Ja, er geht schon! Ach so! Aaah! Autsch, okay! Moment! Okay, was soll das nützlich sein? Vielleicht um irgendwas auf Zeit zu kommen. Hey Kinder! Was ist jetzt neu? Lachs. Halt unter Wasser den Atem länger an. Ne, das brauch ich nicht. Ist ja klar. Genau, Tür zu und raus. So, jetzt könnten wir theoretisch wieder in die Erstwelt, aber ich habe immer noch keinen Move, mit dem man ganz nach oben kommt. Vielleicht haben wir irgendwie noch so einen Move. Moment, eigentlich kann ich euch jetzt noch weiter vordringen. Oder, das müsste doch eigentlich gehen. Jetzt haben wir eigentlich die Moves. Torza hat ja nicht gesagt, dass wir irgendwo anders das hingen sollen, ne? Das heißt... Moment, hier war ich noch gar nicht. Ja, da muss ich jetzt auch nicht mehr hin. Ei, 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 ei! Hier habe ich was nur geschafft. Da hinten geht's wohin? Könnte ich bitte sicher landen? Lande hier! Warte, man sieht einfach gut, da geht's tatsächlich schon vorhin. Könnte ihr mal ein bisschen hinmachen? Ich bin mit einem anderen Wirtschafts-Greml zum Golf verabredet. Ja, warum stehst du dann da hinten und betrachtest uns, ne? Alles voller Firmen. Und hier? Hier ist noch gar nichts. Moment, muss ich hier vielleicht... Wo? Ne. Was ist hier? Hier ist doch gar nichts. Da muss ich ganz nach oben irgendwie... Ne, geht nicht. Was kann ich denn hier hin? Hier sind Schmetterlinge. Warte, da ist doch ein riesen Schalter. Ich brauche irgendwie so einen Trick, mit dem ich schwerer bin. Kapitalist Bieder, ja. Ja, wie kommen wir denn jetzt weiter? Kann ich da einfach so jetzt drüber oder was? Nein, 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 schnell hier weg. Du, 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 du. Was? Das bei dir kann ich auch nicht nehmen. Ja. Ja. Nein! Aufpassen, Kugel kommt! Oh mein Gott! Er ist tatsächlich gestorben. Er ist tatsächlich gestorben! Das ist sehr schön. Ne, der steht immer noch da. Und was soll ich denn hier hin? Wir können ja jetzt eigentlich nur sprinten. Schau mal! Näh! Komm schon! Du schaffst es! Nein! Schaff das nicht! Aber wie kommt man denn sonst darüber? Weil das ist der einzige Weg! Nein! Das ist doch der einzige Weg! Der einzige Weg! Um weiterzukommen! Sonst habe ich noch keinen anderen Weg gesehen! Oder bin ich etwa schon wieder zu blind? Ich weiß nicht! Hä? Hä? Wo geht es denn hier weiter? Äh... Nein, gucke ich jetzt hier wieder zurück! Wollen Sie auf der Kugel? Laufen? Nein! Nein, kann man nicht! Baa! 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 Ja, ist ja schon gut! Also da kann man noch nicht schlagen! Hau! Hau! Baa! Baa! Das heißt... Hau! Baa! Wir gehen erstmal wieder zurück in die zweite Welt und versuchen erneut, die zu kompetieren. Aber wir werden dort bestimmt jetzt nur ein oder zwei Parts verweilen und dann suchen wir wieder den Weg, weil ich vielleicht dann rausgefunden habe. Irgendwie gefällt mir die Außenwelt viel besser. Mit der Musik. Na gut, die hier ist auch schön. Aber vor allem was nützt uns das? Na gut, wir können uns jetzt tarnen. Das können wir in der ersten Welt gebrauchen, aber sonst... Bah! Verdammt! Boom! Können wir die eigentlich schon erweitern? Ja. Ich brauche fünf von jetzt vielleicht nicht sehr, dann erweitern die das gerade noch. Was heißt gerade noch, wir gehen noch in die Welt rein. Mal schauen, was jetzt neu ist. Wir haben zwar nicht mal das erste Geblied richtig erkundet, aber... Naja. Irgendwas ist jetzt neu. Vielleicht ist auch wieder ein Berg hier zugekommen. Weil mir ist eigentlich nichts aufgefallen, wo man nicht weitergehen kann. Außer vielleicht bei diesem Eisschloss da, ja. Mit dem... Also nicht das Schloss, das große Schloss, sondern das Schlüsselschloss. Oh, was ist neu? Das da? Aha, jetzt öffnet sich das. Mit dem Eisschlüssel, ist ja klar. Das war's. Ja, haben wir unsere Paintees für einen Schlüssel ausgegeben? Da lauert bestimmt der Endboss drin. Oder halt da. Oh, ein zweiter Eisschlüssel. Okay, jetzt weiß ich besser als einer. Was für eine Atemzocke. Ich hatte einen neuen Kontinent erwartet. Ja, ich eigentlich auch, aber das ist auch gut. Neues Gebiet. Neue Gebiete. Habe ich hier eigentlich alle, ja. So, haben wir eigentlich schon das Molekül. Und das da. Vielleicht kann ich das durchs Feierren oder mich tarnen. Kann ich da reinladen. Ah, die Gegner sind mich trotzdem noch. Alles klar. Ähm, gut, wie komme ich nochmal hier hoch? Ja, ja, auch nicht. Auch nicht. Hier ist ja noch nichts Besonderes drin. So wie in Zelda. So, wie in Zelda. So, Aufgaben. Ah! Ah, okay. Jetzt können wir das erst machen. Moment, ich glaube, das muss ich anziehen. Nein? Wollte ich da rein? Ah! Hm, Frühling! Ich bin da! Voll! Ich bin da drin. Hä? So kalt. Brauche ich Wärme. Ach so. Da oben ist der Kurs, weiter. Äh, weiter. Nicht weiter. So, war da noch was? Nein. Ähm, da kommt schon schnell. Okay. Das ist immer eine coole Idee. So, da ist der Ghost. Wenn du mich jetzt hier runter schleunigst. Ah, der kommt auch schon hierher. Ich glaube, es ist ja wohl nicht. Ich kann... Brrrr, das ist kalt. Ja, da kann ich doch nicht. Hü- Was war das? Der Schmetterl in was? Ich glaube, es ist wohl nicht. Ist ja klar! Okay, Leute. Im nächsten Mal machen wir dann verzweifelt weiter. Versuchen, den Ghost Rider zu holen. Und ja. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.